Anlässlich der Goethe-Preisverleihung 1982 kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen. Frankfurts Grüne und große Teile der SPD verurteilen den unzeitgemäßen Autor als Gegner der Demokratie, kriegsverherrlicher, geistigen Wegbereiter des Faschismus in Deutschland oder als durch und durch amoralischen Menschen. CDU-Oberbürgermeister Wallmann muss in seiner Laudatio die Preisverleihung angestrengt verteidigen. Aber, meine Damen und Herren, wir wollten nicht und wir werden auch in Zukunft nicht. Politische Opportunität, also den kleinsten parteipolitischen Nenner zum Maßstab unserer Entscheidung machen. Und diejenigen, meine Damen und Herren, die heute ein großes literarisches Werk mit der politischen Elle glauben, messen zu müssen, sollten Sie sich nicht fragen, ob Sie selbst in einer Diktatur den gleichen Mut beweisen würden, den Ernst Jünger in der Zeit des Nationalsozialismus bewiesen hat? Herr Jünger, im Namen von Kuratorium und Magistrat gratuliere ich Ihnen herzlichen Dank. Jünger stilisiert sich in einem seiner ganz seltenen Beiträge zum bundesrepublikanischen Kulturbetrieb, zum großen Unbequemen, zum anarchischen Einzelgänger. Herr Oberbürgermeister, verehrte Anwesende, liebe Freunde, das Material des Dichters ist das Wort. Daher kann er nie so abstrakt sein wie der Maler oder der Komponist. In der Sprache ist immer Geschichte, fixierte Substanz. Der schlichte Dienst an der Sprache wird sich immer lohnen, schon an und für sich. Und das umso mehr, je weniger er bemerkt wird und in die Augen fällt. Von einem Buch, das diesen Namen verdient, ist zu erwarten, dass es den Leser verändert hat. Nach der Lektüre ist er nicht derselbe mehr. Die Einsamkeit zählt nicht zu den Leiden des Autors, sondern zu seinem Kapital. Die Sprache als Haus des Seins. Der Leser sollte im Werk des Autors Heimat finden. Gerade wenn es draußen unwirtlich wird. In solchen Zeiten wird auch das Buch der Bücher stärker, inniger konsultiert. Die Tatsache, dass Sie einer rücksichtslosen Kritik ausgesetzt sind, sollten Sie nicht beklagen, sondern als Ausweis Ihrer Freiheit ansehen. Das ist besser, als hielten ein Tyrann, eine Partei oder eine beliebige Clique die Hand über Sie. Sie säßen dann im Glashaus, in das man nicht mit Steinen werfen darf. Die Inquisition ist säkularisiert. Wie einst der Konfessionellen, spürt sie heute der politischen Abweichung nach. Wie eh und je ist Ihre zentrale Figur nicht der Leidende, sondern der Schuldige. Ambivalenz des Ruhmes. Mit seinem Anwachsen müssen auch die Angriffe zunehmen. Von einem gewissen Format an hat jeder seinen Verfolger vom Dienst. Der Autor hat der Sprache zu genügen, nicht der Kritik, nicht also dem Urteil, sondern dem Gesetz. Die meisten Besprechungen heute gehören nicht in das Gebiet der Künste, sondern in das der Politik. Die Journalisten kennen meist nicht die Hausmacht, über die der Autor verfügt. Sie regt sich in den Träumen seiner Leser und deren geheimer Zuwendung. Mein Urteil soll sich nicht darauf gründen, dass ein Autor anders denkt als ich, sondern darauf, ob er überhaupt denkt und vielleicht sogar besser als ich. Ich muss ihn in sein System rücken. Das allerdings kann ich ablehnen. Wiederum schließt das die Hochachtung nicht aus. Wenn zwei 16-Jährige sich in der Mansarde oder auf einem Waldgang an ihrem Autor begeistern, so ist das wichtiger als die Tagung eines Schriftstellerkongresses oder die Verhandlung einer Akademie. Ganz selten geworden, dass sich am anderen mitfreuen, an seinem Rang, seinem Reichtum, seinem Glück. Recht, Freiheit, Demokratie werden durch die Verfassung im besten Falle festgeschrieben, gesichert nur durch die Freien und Redlichen. Sonst wachsende Unordnung, dann Diktatur. Denkmäler in unserer Zeit, am besten aus Kunststoff oder aus Gips. Manche halten sogar kaum länger als Schneemänner. Dem Zeitalter des Anstreichers ist das Zeitalter der Anbräuner gefolgt. Je mehr das Jahrhundert selbst Genie hat, desto mehr ist der Einzelne gefördert. So Grillparzer. Dem lässt sich anfügen. Und je mehr dem Jahrhundert das Genie mangelt, desto schwieriger wird die Hervorbringung. Auch umso verdienstvoller. Man wird sich fragen, wie konnte in einer Zeit, die mit Stacheldraht und Splitter begann und in der Spaltung kulminierte, ein Bild, ein Gedicht, eine haltbare Prosa entstehen. Dass das Fernsehen und überhaupt die mechanischen Medien die Literatur verdrängen, stimmt nur auf der Oberfläche und nur so lange, wie die Dichtung nicht in ihrem wahren Rang auftritt. Ein allgemeines Unbehagen an der Technik wird dem Autor früh bewusst. Sie kann ihm nicht genügen. Als einer der Ersten spürt er, dass sie ihn und seine Welt bedroht. Sie wird von ihm auf Schrottplätze verwiesen, dämonisiert oder ihr Gerüst wird enthüllt. Hier Ronimus Bosch, Piranesi, Merion, Kubin, dann Surrealisten wie Max Ernst, René Magritte, Erzähler wie Swift, Aldous Huxley, Edgar Allan Poe, Denker wie Martin Heidegger und mein Bruder Friedrich de Ork, ein Rundgang durch den babylonischen Turm. Nische Sorge, das Schlimmste für uns sei nun, am Willen der Erde zu zweifeln, hat sich inzwischen zur Frage verdichtet, ob sie denn uns noch will. Ich weiß, dass ich Zeit meines Lebens, das bereits länger als das Goethes wert, vielen ein Ärgernis gewesen bin. Das begann schon in der Schule, wo ich meine Lehrer zugleich als der beste und der schlechteste Schüler irritierte. Und es setzte sich bei den Preußen fort, die mir ihren höchsten Orden gaben und denen ich als unbequemer Untergebener ein Dorn im Auge war. Solche Typen sind öfters in ihrer Geschichte aufgetaucht. Die Ambivalenz begleitete mich durch die mehr als 60 Jahre meiner Orderschaft, die mir Gegner in allen Lagern eintrug und es ist zu erwarten, dass sich daran auch wenig ändern wird. Doch fand ich auch Zeitlebenszustimmung. So will ich es auch in Zukunft halten mit den Versen unseres Großen, Goethe, zu dessen Ehrung wir heute zusammengekommen sind. So musst du sein, du kannst dir nicht entfliehen. So sagten schon Sibyllen, so Propheten und keine Zeit und keine Nacht zerstückelt. Er prächte Form, die lebend sich entwickelt.